Wenn du ein Star bist, denken alle, wow, was für ein super Typ. Aber mal ehrlich, wir Stars sind auch nur Menschen. Wir schlafen, duschen und ja, wir gehen sogar aufs Klo. Wir sind wie alle anderen, nicht besser und nicht schlechter. So what? Oder finden Sie es etwa außergewöhnlich, wenn man aufräumt, sich fit hält oder mit Freunden abhängt? Ist doch die normalste Sache der Welt. Okay, für die meisten ist das, was wir tun, schon was Besonderes. Und die von Kabel 1 haben sogar einen Namen dafür. Die besten Filme aller Zeiten. Krass, oder?